Ja, hallo bei Minecraft und, äh, begrüßen wir doch Creeper, unseren Freund. Hallo Creeper, hallo, hallo, hey, ah, noch einer. Komm her. Hey, hey, uh, genau. Wir verstehen uns, wir drei, ähm, Creeper, ich bin auch einer. Ja, wir kennen uns schon so lange, ne, ne, mein Freund, ne, ja, keine Ahnung, was hier vor sich geht. Äh, übrigens brennt der Creeper gerade, äh, hier scheint irgendwie ein unsichtbares Lava-Feld zu sein oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier irgendwie so ein Bug drin, ne, die Creeper oder die Monster greifen einen nicht an, nur wenn man sie selber angreift. Äh, weiß nicht, ob das da rein liegt, ob ich jetzt, weil ich hier in der, äh, äh, Dings bin, in der Prey Release 6, in der 1.9 Prey Release 6, ob das ein Bug ist oder ob das extra so ist. Ja gut, das mit der Lava ist natürlich ein Bug, aber ob das mit den Mobs neu ist, ich weiß es nicht. Ich hab jedenfalls nicht davon gehört. Na du, na, du hast aber eine bezaubernde Stimme und du siehst schön aus. Ja, äh, keine Ahnung, was hier, boah, fuck you. Äh, keine Ahnung, was hier vor sich geht, das ganze Zeit. Aha, ich bin hier offensichtlich grad in so'n, scheiße wie interessant auf einmal, in so'n Dingssystem geraten. Geht's denn hier hin? In so'n Festung, yay, das ist das erste Mal, dass ich in so'n Festung gelange. Und dann, äh, gerade wenn ich hier aufnehme, das ist ja... Amazing, Freunde. Was ist denn da? Ach, ich kann ja eh fliegen, warum? Hm? Ach, das liegt daran, weil ich den MC-Patcher noch nicht aktualisiert hab. Naja, hier ist auch nicht weiter interessant, ich will... Hier ist wieder ein Creeper-Freund. Äh, ja, ich hatte eigentlich grad so'ne Aufnahme gemacht. Hier, das sind übrigens die neuen Zäune, so aus dem Nether. Hä? Okay, die neue... Äh, äh, Dings, Beta 1.9.6 scheint... Oh, ach, jetzt hab ich grad aus Versehen selber geschossen. Bisschen verbuggt zu sein, ich kann auch... Ja, mit meinem Pfeil kann ich sowieso keine Fackel sessen. Wie cool. Yay! Bam, 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 bam! Naja, das ist ja schon mal ganz interesting und so. Also, das ist sowieso so meine erste Festung, die ich hier eintreffe. Ach! Höhlen-Spinne. Hier geht's dann auch weiter. Was passiert, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Ja, ich komm hier rein. Außerdem lassen sich die Türen grad nicht öffnen, das ist natürlich... Nervig. Ey, ich wollte grad zwischen die Augen schießen, aber von mir aus... Ja, genau, genau, genau. Bleibt zu stehen, bleibt zu stehen. Ach, fuck you. Seht ihr, wenn ich die angreife, greife ich auch zurück an. Ich glaube, dass irgendwie die 1.6 ein bisschen verbuggt ist. Ja, äh, ich glaube, wenn ich hier jetzt nichts mehr sehe, dann beende ich schon wieder meine Aufnahme. Keine Ahnung, irgendwie hatte ich das so gefunden und hatte sowieso eben ein bisschen aufgenommen. Die Sims, Let's Play aufgenommen. Und... Ja, hatte irgendwie noch Bock, obwohl hier geht's nochmal weiter. Vielleicht können wir ja hier nochmal ein bisschen weiter gucken. Ja, das... Ich glaube, hier ist auch schon das Ende, oder? Oder, oder, oder... Das ist, glaube ich, Eisen, wenn mich nicht alles täuscht. Wo sind wir denn gerade überhaupt? Hier könnt ihr auch meinen Seed sehen. Auf jeden Fall habe ich gerade sehr viele Frames, das ist ja extrem gut. Na, wie hoch sind wir? Äh, Y30, Ebene 30,6. Na, das ist ja nicht besonders tief. Ach, unsichtbares Wasser. Also, ich wollte eigentlich im Let's Play auch mit... Mit Dings, mit der 1.6er spielen, aber wenn die so verbuggt ist noch, dann... Boah. Hier ist auf jeden Fall so eine coole Erdspalte. Ich wollte auch übrigens mal in diesen neuen Erdspalten gehen. Skelette, ich hasse Skelette. Ähm... Ja... Muss ich mir nochmal überlegen. Vielleicht liegt das ja auch irgendwie daran, dass diese Map verbuggt ist. Ich weiß es nicht. Ach, hier sind wir wieder, wo wir eben schon mal waren. Hey. So. Okay, dann würde ich sagen... Ach, hier ist ein... Ach, hier war ich ja schon mal. Als ich hier letztens ein bisschen gegangen bin. Das ist ein Zombiespawner. Damn. So, äh... Ja, dann, äh... Keine Ahnung, wie lange ich gerade aufnehme. Sag ich mal, äh... Tschüss. Und... Bis... Zu... Das ist jetzt irgendwie... Ob ich das bei Special mache, ob ich das auf meinem Haupt-Channel oder auf meinem 2-Channel hochhalte... Äh... I don't know. I do not know. Tschüss.